Und abermals guten Abend zurück bei Let's Play Battlefield 3 Zusammen wieder mit zweimal Jonas, einmal Nico und einmal ich Hi Diesmal im Verteidigerteam bei Angriff auf Karkant Und ich trete mal irgendwo bei Und dieser Tank hat einfach gerade mal irgendwo hin geschossen In unsere Base Und fällt auch gerade Knall ihn ab Er kann's halt Knall ihn ab, denn Er schießt auf den Jet Ein Gebot, Junge Und nicht mal einer drin ist Der hier einfach am Anfang der Runde Und die RPGs fliegen schon Das ist ordentlich gut Ja, ist klar Panzer, 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 Panzer Ich bin noch raus Ich weiß, was wir jetzt machen, mal Minen hier verlegen Ich spür's mich da ganz vorne Der Muskel erstmal nach da vorne kommen Denn da ist ein Panzer und Leute und Halt, da kommt schon direkt unten was an die Station Nee, doch nicht, okay, ist okay Alles, was fährt Oder sich bewegt Ja, kaputt gemacht, Double Kill, Panzer Yeah Dann stülpelt nicht Dann stülpelt nicht So, mal schauen Wenn ihr mitten zwischen Fokus in die Bade Ich bin hier mal hoch, bitte, danke Wie die einfach alle an mir vorbei rennen Ja, Sniper, Alter, wo schimmelt der? What the fuck, alle, er trifft mich direkt So, jetzt werde ich mal Die Map aus der Sicht der Angreifer probieren aufzurollen Hier machen wir den Sneaky Wie? Also, jetzt wird irgendwer gemoved von uns Los, Red Ja Bin mir auch relativ sicher, ja Bin mir auch relativ sicher, ja AW wird zum Glück nicht Nice Ja Das ist sehr nice Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir wirklich in einer Party sind Ja Glaub ich auch Die haben geplantet Ja Wie alle sind sich einfach auf einmal auf B konzentriert Nicht Ich bin schon ein Scherft, nice Guck mal weiter, äh, rechts Bitte Nimm mich jetzt mal hier aufs Dach Nimm mich jetzt mal hier aufs Dach M1 Abrams Was, Mama, I'm going with my... Ehm Der schreit eigentlich schon auf seine Mama Ey, hier sind minderjährige Leute So, jetzt rolle ich mal die Seite um Von rechts auf, das ist ein Sniper Das ist ein Scherang gewesen Ich seh' gar nichts mehr, ich seh' nur noch verschwommen Ich will hier hoch Yeah, Panzer Panzer? Ja, ne, ich hab' die Panzer Das find' ich gut Ihn Feind? Ne, ne, direkt ne Der eine schreibt englisch please, hallo Ja, die rennen zur M-Komm Oh, besser gesagt, sie haben wohl im moment nicht gesichert ist ich komme nicht mehr rein ich glaube es nicht kommt einer von unten hoch ich bin der einzige der lebt der tank fährt über den berg ich bin dritter dann ist er wohl über den berg es soll herkommen ich mache kaputt kaputt terrorist das war das mal hier hast du css oder so keine ahnung jetzt pc w sp pt oder was nein klar wird flasche 5 von 5 meine pt flasche ich glaube nicht dass ich da auf euch zählen kann ich hab's nicht tut mir leid ich bin css pro alter ich zieh mal weg importartige skills pech warum habe ich pech sammeln warum ich pech habe außerdem hat er dreimal css ja ich kenne auch jemanden der hat sich dreimal dc gekauft weil er jedes mal gehackt hat im 40 wo kam der bitte her der stand hinter uns packer jetzt ist brenzlig jetzt hat er mich geneigt ich hab's gesehen die runde ist fast gut er hat das ja um nein der überfährt nicht der Papi ich wollte die vierte das sind näher ja ich habe auch meine biebe fort meine Güte also viel Spaß man tut das war ich nicht steigt gar nicht 8 die Lange und wir haben schon gewonnen was zur Hölle das liegt nur an uns alle während wir im Gegenteam gewesen hätten sie verloren mal sehen ob wir wieder ein Squad haben wahrscheinlich alle ich gehe davon aus man ich auch ich habe einfach nur drei drei Arme Rivens bekommen dann haben wir dann nicht ob ich ist scheiß ist gut ich bin zu uns es geht er auch ich kann ja bis in den Skuhr in der schlechteste ich bin diesmal wie es mir oft genug geht ja ruhig braun er erlaubt mal was war so wichtig ich weiß nicht wie lange das ist schon meine läuft es noch sieben Minuten haben wir noch ja komm wollen wir noch wollen wir noch einmal ja ist dann eine sieben Minuten weiterspielen weil dann werde ich mich auch an Microvolts betätigen willst du das jetzt spielen danach ja mit wem mit ein paar Mates soll ich mir das auch mal saugen ich weiß nicht weil wir haben da unsere unsere festen festen Leute schon die da mitspielen wenn wir mal schauen ich bin im tank oder würde ich rein ey wir haben die Telefonnummer bei uns oh ne oder alter komm boah äh wegen der Telefonnummer oder was komm ich spreng jetzt den scheiß Panzer alter fuck nicht kann ich ja sonst lass doch gleich mal was TSS spielen bieten mit der Waffe sieht's cool aus dann sieht's aus als wenn er klatscht immer wir rasen hier in allen vorbei und unser Tank ist leider voll man wir haben es emissiert 3 von 2 das ist immer cool bei mir ist 3 von 3 3 von 2 bei mir lololol ja hier hier knall sie ab, knall sie alle ab ist sie kaputt höhen hast du noch nicht die CIV Station ich glaube nicht, ich spiele das Spiel zu wenig ich mache meine repariert ich bin tot, tut mir leid ich bin tot Jonas fährt einfach mal so rückwärts warte ich reparieren ne ich auch ab, alter das ist mir zu brenzlig ah wobei doch jetzt reparierst du? ja ok ich hab ein paar Gegner schon ausfällig gemacht ah fuck ich kann nicht, weil ich Scheiß-Meet dabei hab würd mal sagen, er ist heiler aber ich nehm mir jetzt mal wieder meine Sniper mit ich weiß nicht ob das Kontraproduktiv ist ne das ist unglück hier ja, der wirklich ich probier's einfach mal ne Runde lang oh das war jetzt das falsche Scope, ich Idiot so dämlich oh das war sehr dämlich sogar ja, der hat repariert kann ich äh ja, warte, warte, warte Werkzeug yeah schnell, schnell, schnell schnell ja, ich reparier doch schon ja, schneller ich kann nicht schnell ich kann das Ding nicht akimbo nehmen, alter ja das war sehr nice weil was ist? ich kann nicht die nicht akimbo nehmen ja komm jetzt, Leute, ich schimmel mich wie den Tank und hier reparieren alle, ok? ja, ok ich geh'n alle oh, da kam der Bat-Butler der Bat-Butler hat mich geholt und ich geh'n mal zu Neo die alle SV 98 Spiele, das kann ich nicht verstehen boah, knall den Typ mal bitte ab, alter er hat nur noch 20% er sieht mich oh, C4 Power er rennt gerade ins Haus rum Pass auf, da oben ist einer da, wo, da wo sie hin wir lenken den mal ein bisschen ab wir haben ein bisschen zu vier her ich versuche mal das Haus zu sichern da ist einer, der hat noch Half-Life glaube ich ja er ist tot Pilserie aufgehalten 50 sogar oh, die heizen hier echt alles drauf ich bin das guck mal das Haus kann man ne Mine kaputt ey, Neoplex, warte ja, die, äh, Telefonnummer, äh, die Telefonnummer hockt wieder drin ach, ne, ne ja doch, äh, der Typ blickt's halt nicht ok, das geht nicht boah, ihr Neger schießt auf mich alle, das geht ja mal gar nicht man kann eine Mine leider nicht kaputt wegzeugen ok ja, schießt ihn mit irgendwas tot, mit der Magnum oder so glaub ich nicht warum, warum macht man ne Waffe so den Schaden ich glaub ich sollte mal den Schalter einfach weglassen ja, das wäre hilfreich ja, ich hab, frag mich auch sowieso, warum ich schalte einfach auf der Pistole ja das macht ja dann 0,0 Schaden obwohl bei der M19, da geht's eigentlich den M1911 der hat ja am meisten Schaden von den Pistolen der Troll let's go in the tank oh, Telefonnummer ist im Panzer ja, ich steh hier grad seit ner Ewigkeit und knall ich alles auf ja, dann schieß ich auch mal ja, ich schieß doch die ganze Zeit dann ich muss halt nachladen also ich glaub in echt hätte ich jetzt ne Glatze also ich glaub in echt hätte ich jetzt ne Glatze die RPG gehen genau da mein Kopf rüber oh geiles Kommen hier kann mal jemand reparieren bin weg jas, ich bin auch dabei, aber ich schalte irgendwie das ist geil was du wirfst über die Ecke C4, dahinter ist einer mit der RPG die zündelst, aber dummerweise war nicht mehr ein Auto und ich hab das Auto mit hochgekommen gestorben oh schön ja, geil ich spawn Achtung hinter die DSP da ist einer überall sie sind überall die Invasion ist gekommen, um mich zu holen um uns zu holen Inversation Claudio, stumpf den Panzer Alter, jetzt clauscht mir hier aber nicht den Panzer zu spät Digga alter nee danke, dass du repariert hast Toll, Alter, ich würd es Leute, hier ist einer vor der Nase ich würd es mieden dran facken, aber nein hier bin ich keine dabei nein, du hast den Hyper-Touch okay, reparier mal bitte ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich soll ja, tu's ja, ich bin hier schon tot okay der Panzer auch sag mal, bravo bravo mein Freund bravo der Butler klar du hast gesehen du hast gesehen no scope auf ihn drauf und nicht getötet er wirft halt eine Granate ich bin schon hinter der Wand und der Kirche mit der Granate ja, geil, Alter, die Position ist sowas von beschissen lass mal, lass mal, äh will ich mal fast so drei Viertel sagen angreifen ja weil wir schimmeln hier zu doll wäre sehr flug aber wir haben auch nur noch eine Minute also für den Part das schaffen wir halt noch ja, komm hier, wir werden das Spiel ich habe einen feindlichen Sniper ist klar, Alter AEK dem dem homo da taucht der von oben oh weißt du ich quäl mir jetzt auch obwohl ich müde bin ein Sniper also wir einfach mal alle von uns am Schimmel sind ah ah ich bin im Durst hier ran sorry Keklau halt von hinten hab ihn gemästert nice what the fuck kann man das wegsmall nein kann man nicht ich glaube ich spiele wieder medic das ist entweder haben wir jetzt gerade gleich die Runde verkackt oder wir haben sie verkackt 16 a3 ja ich glaube aber auch dass wir da nicht mehr viel machen können dran und ich treffe auch gar nichts und der Part ist dann auch sowieso schon mal rum oh mein oh mein gott what the fuck boah ich treff gerade gar nichts aber ich sag mal hier wieder mal ja ich pläne dir jetzt Dank fürs zuschauen wir haben geplant warte ja ich war's haben wir das aber ich weiß nicht wollen wir das dann nicht direkt im nächsten Part angehen nein 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 blick schlägt ich bin jetzt kann man wenn wir was warte lass warten bis die Bombe entschärft oder geplant ist die wird entschärft na ok also ne oder 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 nein ich hab die gelegt die wird nicht entschärft also doch die wird entschärft nein ich habe so scheiße 3 3 3 3 3 Prozent das ist auch mehr gut ich sag dann machen wir grad doch gehen ein mehr die mit dem nächsten Part zu Ende und ja ich glaube danach wird es noch mal wieder eine Pause geben ich sage dann fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss 4 4